Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen oder feinen Mutfallvideo. Er wird auch nicht lang sein, es gibt bloß eine kleine Erklärung, was jetzt hier am Dienstag passieren wird. Und zwar wird am Dienstag gar nichts passieren. Ja, richtig gehört. Es wird erstmal nichts weiter passieren, denn ich möchte nämlich erstmal die anderen Projekte abschließen. Denn ich möchte gerne eine Uploadplanänderung machen. Ich bin mit meinem Uploadplan nicht so ganz zufrieden wie gedacht und so stolz bin ich auch nicht drauf. Deswegen mache ich eine kleine Änderung. Okay, das heißt Life is Strange wird erstmal von Episode 2 bis 5 nicht weitergespielt. Und werde jetzt erstmal alle anderen Projekte, die am Nachmittag kommen, das sind South Park, Finn & Jake, MW2, Undertale und Honeypop erstmal zu Ende spielen. Und dann werde ich eine kleine Planänderung machen. Und dann werde ich meinen Uploadplan, wo einige Projekte eventuell herausfliegen werden und neu aufgelistet werden. Ich hoffe ihr könnt es ein bisschen verstehen. Das Video ist jetzt nicht allzu lang, es ist bloß eine Information. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.